Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Obwohl jeder fast täglich mit den Ergebnissen der Firma Hesotech in Dietz zu tun hat, erschließt sich deren sehr komplexes Tätigkeitsfeld für Orthonormalverbraucher nicht automatisch. Zum Glück hat aber der Firmeninhaber und promovierte Physiker Dr. Roland Sonnenschein außer seinen Fachkenntnissen auch die Gabe, komplizierte Dinge verständlich zu erklären. Wir beschäftigen uns mit der Dokumentation technischer Vorgänge. Das ist was ziemlich Kompliziertes. Die Firma heißt ja Hesotech, automatisieren, visualisieren. Was ist automatisieren? Automatisieren bedeutet bei technischen Produktionsvorgängen Messen, Steuern und Regeln. Und dann, was wir machen, ist das Dokumentieren dieser Prozesse. Das heißt, wir zeichnen auf alle Messwerte, verarbeiten die Messwerte und verwalten die Messwerte auch. Der zweite Name von der Hesotech heißt visualisieren. Was bedeutet das? Dass wir diese Grafiken von Messkurven darstellen können, dass wir Histogramme, Auswertungen darstellen können, statistische Auswertungen machen können. Und dass wir beispielsweise uns auch Bilder mit verwalten können, die zu einer Produktion gehören. Ein Unternehmensbereich gehört auch der Welt der Automobile. Mein erstes Auto hat noch sehr stark gerostet. Dieses Problem gibt es heute so gar nicht mehr. Und Ursache ist, dass die Firmen, die Autofirmen, Korrosionszentren gebaut haben, bei denen die Korrosion und Korrosionsanfälligkeit ganz systematisch überprüfen. Auch dank der ausgeklügelten Hesotech-Lösungen hat man das Thema Korrosion heute weltweit im Griff. Dieses gesamte Korrosionszentrum besteht hier aus zehn einzelnen Kammern. Und das ist der Überblick über die Kammer, damit man sieht, was wo drin ist, welche Fahrzeuge. Und gehen Sie mal bitte auf die Kammer 1. Und dann sieht man hier, was in der Kammer 1 alles möglich ist. Da kann man Diagramme erzeugen und hiermit wird das gesteuert. Und hier hat der Bediener die Möglichkeit, ihn mal genau den Überblick über das, was man hat, zu sehen. Windkraft entwickelt nicht nur Energie für unsere Gesellschaft. Es entstehen auch gewaltige mechanische Kräfte, die im Auge behalten werden müssen. Damit sich diese Windkraftanlagen drehen, muss hier oben natürlich ein Lager drin sein. Das ist ein großes Rollenlager. Das sieht hier so sehr klein aus, das ist aber in Wirklichkeit bis zu 3,50 Meter hoch groß. Und die Lager sind extrem teuer. Also wirklich sehr teuer. Und der Hersteller muss da garantieren 25 Jahre Laufzeit. Deswegen müssen die sehr sorgfältig geprüft werden. Und zu diesem Zweck hat jetzt die Firma Schaeffler den weltgrößten Prüfstand für solche Großlager entwickelt. Und was wir gemacht haben, ist also die Berechnungen der Kräfte. Sie können sich vorstellen, hier oben ist sehr viel mehr Wind als unten. Und dann taumelt die Belastung hier rum. Und das muss auch simuliert werden. Das wird dort simuliert über acht hydraulische Stempel, die also Kräfte erzeugen können, die also dem Gewicht von einem Jumbo-Jet entsprechen oder noch mehr. Sicherheit für unser tägliches Leben geben die Lösungen im Bereich Hangüberwachung. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, das flächendeckend über beliebig große Bereiche detektieren zu können. Bei der Vernetzung innerhalb Industrie 4.0 laufen weitere aktuelle Hisotech-Projekte. Genauso ist das also auch in der Industrieautomation. Dort hat man zunächst einzelne Inseln, wo irgendetwas produziert wird. Aber jetzt beginnt man, diese Inseln mit all den Daten und Informationen miteinander zu verknüpfen. Wichtige Themen, hochkomplexe Aufgabenstellungen, weltweite Verantwortung für Industrie und Gesellschaft. Dennoch herrscht eine recht lockere Stimmung bei Hisotech in Dietz. So fällt der pflanzengießende Roboter zumindest teilweise in die Abteilung Spaß. Aber schon beim Maskottchen ist wieder ein ernster Hintergrund zu entdecken. Der blaue Elefant ist Symbol für das offene Computerprogramm, quasi den Baukasten, mit dem man hier täglich die verschiedenen Herausforderungen erfolgreich angeht. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm. Lохgeräusche mit uns im Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns im Rhein-Lahn.